Hallo, ich bin Robert. Ich möchte in einem Video von meiner Ahnenforschungsreise nach Zentralpolen erzählen. Wie ich dazu gekommen bin? Also mein Großvater hat ein paar Jahre vor seinem Tod seine Erinnerungen aufgeschrieben. Von seiner Kindheit, von seiner Jugend, von seiner Zeit als Soldat und in der Kriegsgefangenschaft und nach seiner Rückkehr von dem Wiederaufbau. Also das hat mein Interesse an Familienforschung geweckt und so bin ich dazu gekommen, dort einmal hinzufahren. Also mein Opa selbst ist 1926 in Mecklenburg geboren, aber seine Eltern kommen aus Westpreußen. Es war eine preußische Provinz, die nach dem ersten Weltkrieg zu Polen gekommen ist. Die Deutschen, die dort gelebt haben, das waren etwa die Hälfte der Bevölkerung dort, die sind entweder freiwillig gegangen oder sie wurden vertrieben. So auch meine Urgroßeltern, das waren Benjamin und Ida Behrendt. Also mein Opa, der hat auch schon einen Stammbaum geschrieben. Der reicht so etwa bis 1780, 1820. Ich selbst habe dann auch noch im Internet recherchiert und habe dann weitere Vorfahren gefunden und das reicht jetzt teilweise bis 1650. Und ich kenne auch die Orte, in denen meine Vorfahren gelebt haben. Und das war der Grund, dass ich einmal dorthin fahren wollte. Also ich habe mir schon gedacht, dass ich nicht mehr so viel Konkretes finden werde. Aber ich wollte mir wenigstens einmal die Gegend anschauen und etwas Zeit nehmen, um einen Eindruck von dieser Heimat von meinen Vorfahren zu gewinnen. Das ist hier das deutsche Kaiserreich bis 1918 und hier ist die Provinz Westpreußen mit dem Landkreis Graudenz. Dann kam der erste Weltkrieg und die Karte sah anders aus. Graudenz und sein Umland waren nur Teil von Polen und meine Urgroßeltern sind danach vertrieben worden aus ihrer Heimat. Ab 1922 waren sie in Mecklenburg. Also das ist heute Graudenz in Kuvarienpommern. Meine Route war erst Danzig, dann Graudenz und dann noch mal Thorn. Hier ist noch mal Graudenz und so bin ich dann rumgefahren. Also zuerst bin ich mit dem Fernbus nach Danzig gefahren. Das war mehr ein Zeitzingenstopp. So 100 Kilometer von meinem Ziel entfernt. Das hat die meiste Zeit geregnet und deshalb war ich viel in Museen und Kirchen. Hab aber auch eine Altstadtführung mitgemacht. Wegen dem Wetter gab es da nur vier Gäste. Also war es fast eine Privatführung. Der Gästeführer war sehr gut. Es war ein alter Danziger. Die Altstadt ist sehr schön und man merkt überhaupt nicht, dass die Stadt im Krieg völlig zerstört wurde. Ein paar Gebäude wurden originalgetreu wieder aufgebaut. Aber meistens hat man moderne Gebäude gebaut und historische Fassaden davor gesetzt. Dazu hat man dann auch noch die schönsten ausgewählt und nach Zeitepochen neu angeordnet. Die Stadt hat dadurch keinen Welterbestatus, aber es lohnt sich trotzdem dorthin zu fahren. An beiden Abenden war ich noch mit einer Gruppe Norweger unterwegs. Die hatte ich in einer Bar kennengelernt. Es waren so etwa zehn Leute und für den einen war es das Geschenk zum 30. Geburtstag. Das war Hans, der immer wieder davon erzählt hat, dass sein Onkel im zweiten Weltkrieg gegen die Deutschen gekämpft hat. Also mit Hans habe ich mich sehr gut verstanden und in der Runde haben wir ein Bier nach dem anderen getrunken und eine Zigarette nach der anderen geraucht. Der Stadtführer hat schon davon erzählt, dass die Skandinavier die schlimmsten Touristen sind. Also ich war dann immer so zwischen vier Uhr und fünf Uhr morgens wieder zurück im Hostel. Am dritten Tag bin ich dann bis Nachmittag in Danzig geblieben. Es war endlich auch schönes Wetter. Aber die Stadt war überfüllt, weil zwei Kreuzfahrtschiffe angelegt hatten. Also Tickets hatte ich dann irgendwann auch bekommen. Es gab eine riesige Schlange an den Schaltern, keine Automaten und ich habe meinen Zug nur bekommen, weil mich Leute vorgelassen hatten. So zwei Stunden bin ich mit dem Originalzug gefahren und dann bin ich in Graudenz angekommen, wo es natürlich gleich wieder geregnet hat. Nachdem ich mein Hotel endlich auch gefunden hatte, bin ich dann rein in die Stadt, um mir die anzusehen. Also die Altstadt ist sehr schön. Also draußen herum sieht es nicht so toll aus, aber die Altstadt ist sehr schön. Aber überhaupt nicht bin ich touristisch erschlafen. Ich bin jetzt in Graudenz oder polnisch Grudziac. Bin gerade angekommen. Es ist sehr schwierig als Tourist hier zu machen. Also sich zurechtzufinden. Also englischen Hinweise gibt es eigentlich kaum. Und zum Glück habe ich an der Straßenbahnhaltestelle einen getroffen, der so ungefähr 16 oder 17 ist. Den konnte ich dann auch fragen, wo ich ein Ticket für die Straßenbahn kaufen kann. Und er hat mir das erklärt oder ist auch mitten zum Fahrer gegangen und hat dem Fahrer dann das übersetzt. Er hat gesagt, ich bin der erste Ausländer, den er in Grudziac überhaupt trifft. Das sind die Speicher vom Graudenz. Direkt an der Weichsel. Die ist hier. Und alles hier vor der Stadt ist flach und es steht eigentlich nichts. Und die Wege sind auch nicht befestigt. Ich denke mal, dass die Weichsel öfters immer Hochwasser hat. Und dass man deshalb die Stadt ein wenig weiter höher gebaut hat. Hier habe ich einen Burger gegessen und dann bin ich noch nachts durch die leere Stadt gegangen. Also hier bin ich noch mal nach dem Frühstück. Also okay, jetzt geht es wieder an. Hinter mir wird eine so eine alte Werkstatt. Da wird das Dach neu gemacht. Dachpappe. Und gerade ist halt dieser Motor oder Notstromaggregat neu angesprungen. Ich habe jetzt nach dem Frühstück auch schon einen besseren Eindruck von dem Hotel hier. Also es ist ein Landgasthof. Vom Stil her rustikal kitschig. Mein Eindruck hat sich bestätigt, dass ich quasi Wand an Wand mit der Autowerkstatt bin. Und zwar habe ich jetzt gerade eben noch mal gehört. Die Hebebühne und dieses Druckluft an Schraubeteil und Werkzeuggeräusche. So etwa 9 Uhr habe ich den Tag denn richtig begonnen. Die Autovermietungen waren nicht zu erreichen. Aber an der Rezeption habe ich dann Hilfe erhalten. Also sie hat dann eine Vermietung gefunden, die sich gemeldet hat, die auch offen war. Und die Hotelangestellte hat mich angekündigt und auch ein Taxi dorthin bestellt. Da habe ich dann für einen Tag einen roten Skoda Fabia gemietet. Also bisher kannte ich die Gegend nur von Satellitenbildern. Ein wenig von Google Street View und Fotos. Aber wirklich da zu sein, ist was ganz anderes. Also ich hatte mir einige Orte rausgesucht, wo ich wohl am meisten Erfolg haben würde. Wichtig ist zu wissen, dass schon in der Vergangenheit die Polen katholisch und die dort lebenden Deutschen evangelisch waren. Heutzutage sind alle Einwohner in Polen, jedenfalls die Christen und Katholiken. Ich wusste also, dass ich nach ehemals evangelischen Kirchen und ehemals evangelischen Friedhofen suchen musste. Okay, also noch vor meinem ersten eigentlichen Ort, den ich besuchen wollte, habe ich in Vorbeifahren ein interessantes Gebäude gesehen und sofort angehalten. Dort habe ich danach gesehen, ob es eine alte Kirche ist, mit Gräbern vielleicht. Aber es sah aus wie eine Kapelle mit einem umliegenden Park. Da habe ich dann ein paar Bilder gemacht. So muss ich mal anhalten. Mal gucken, wo ich genau bin. Ein paar Kilometer weiter war denn Sellnouveau oder Zielnouveau. Das war der erste Ort, von dem ich wusste, dass da meine Vorfahren gelebt haben. Also hier auf der rechten Seite gibt es Storch 1 und 2. Also hier sind gegen 1845 meine Ur-Ur-Ur-Ur-Ur Großeltern gestorben. Das ist fünfmal Uhr. Das waren Adam und Elisabeth Zellmann oder Zellmann oder Zöllmann. Da sind die Quellen nicht ganz eindeutig. Es gibt verschiedene Schreibweisen, die man da finden kann. Ich komme nicht nur Ort rein und wir haben Storch 3 und Storch 4. Also wahrscheinlich sind meine Vorfahren zwischen 1800 und 1845 dort, also hier in diesem Ort gewesen. Die sind jemals woanders geboren, etwa 10 Kilometer weiter. Tja, das ist aber ein Ort wo ich nicht hingefahren bin, denn dort wusste ich schon vorher, dass es da nur einzelne Höfe gibt. Ja, also hier bin ich erstmal nur durchgefahren und habe mich links und rechts umgeschaut, sodass ich einen Eindruck bekomme von dem Ort und von diesen Orten. Hier haben wir den Storch 5 und 6. Also es ist eine ländliche Gegend mit vielen weit auseinanderliegenden Dörfern, also Dörfern mit weit auseinanderliegenden Höfen. Ich komme jetzt in einen etwas größeren Ort, der wahrscheinlich auch die Kirche von einigen meiner Vorfahren war. Da stand die Kirche. Die werde ich jetzt suchen und da werde ich nach Gräbern suchen. Da sind Kühe, das ganze Streut liegen rum. Das sieht schon mal interessant aus. Also ich bin jetzt in der Kirche in Reden. auf Polschraden, Schmelski oder so ähnlich. Und ich bin jetzt hier an der Kirche, die ich gleich zum Anfang gesehen habe. Ziemlich große Kirche. Das wird die Hauptkirche sein. Ja, es sind anscheinend Urnengräber an der Kirche entlang. Also es sind nur so kleine Platten. Und die sieht sehr interessant aus der Kirche. Nur das wird wahrscheinlich der Friedhof gewesen sein. Der alte. Nur hier ist alles grün. Das heißt, wenn es hier alte Gräber gab, dann sind die eingeebnet worden. Okay, also ich versuche mal rein zu gehen. So, ich habe dann auf Google Maps geguckt und habe ich dann den Friedhof gefunden. Ziemalski. Und jetzt bin ich hier. Und mal sehen, ob das neu ist oder... Alter, die Kirche sieht jedenfalls backsteinmäßig. Egotisch irgendwie ziemlich alt aus. Also auf diesem Friedhof gab es keine alten deutschen Gräber. Da habe ich gleich einen älteren Mann gefragt, der rausgekommen ist. Dem habe ich dann halt gesagt, Jen Dobre. Und ihm mit dem Google Übersetzer meinen Satz gezeigt. Und dann hat er auch klar gesagt, nja, nja. Und dann wusste ich Bescheid. Also der Friedhof, die Gräber sahen auch alle ziemlich neu aus. Jedenfalls war doch nicht zu finden. Als ich den... Ich bin noch kurz rauf gegangen. Ich habe noch Bilder gemacht, weil es interessant aussah. So abschüssig. Ähm... Ja, als ich rausgekommen bin. Ich habe ihn dann wieder getroffen am Parkplatz dann. Ich habe ihn direkt neben ihm geparkt. Und, äh... Ja, er hat mir den... Ich habe mir den Gedanke noch gesagt. Und er hat mich gleich darauf hingewiesen, dass wir ja quasi das gleiche Auto haben fahren. Ein roter Skoda. Er hatte nur ein ziemlich altes Modell. Und ich habe halt ein neues Modell. Ja, das war noch schön. Und, ja, er hat ein paar einzelne Wörter. Deutsch konnte er auch. Also es war eine schöne Begegnung. So, ich war jetzt in... Ich bin jetzt in Rivalde. Ähm... Vielleicht vom Anfang habe ich eine Kirche gesehen. Da bin ich herangefahren. Das ist aber eine katholische Kirche. Und die war wohl schon immer eine katholische Kirche. Äh... Ich weiß von den Recherchen, dass bis 1903 die Kirche von Reden, die evangelische... Ähm... Oder ich weiß von den Rehwald. Die evangelische war in Reden. Das heißt, ab dann wurde wohl hier eine gebaut. Ich habe sie auch entdeckt über Google Maps. Das ist eine alte verfallene Ruine. Eine, ähm... Ja, Kirchenruine. Also die Post ist gerade... Der Postmann ist gerade angekommen. Hat was abgegeben. Das war gut. Weil dann war auch gleich eine Dame des Hauses am Fenster, die die Post entgegengenommen hat. Die konnte ich dann auch fragen, ob es hier alte deutsche Gräber gab. Sie hat mir gesagt, ja, ich kann es mir angucken, aber ich darf nicht reingehen, weil es zu gefährlich ist. Da... Es kann sein, dass da immer was so runterfällt. Okay. Und da war ich dann. Aber drumherum gibt's keine Gräber. Nicht zu sehen. Dann habe ich nochmal auf Google Maps geguckt. Ich wollte nach anderen, äh... anderen Friedhöfen gucken. Dann habe ich gesehen, das ist halt... Friedhof Evangelische hier in Rehwald. Das war eigentlich um die Ecke. Und hier bin ich jetzt. Aber irgendwie... sieht das nicht nach... viel Grabstein aus. Ah doch, hier ist was. Also hier ist zum Beispiel nichts zu sehen. Im Schein gibt es noch etwas da vereins heute. Boah. Ja gut. So sind die aus. Aber da ist nichts zu erkennen. Keine Namen. Keine Namen. Ich könnte höchstens... wenn ich recherchiere auf das... von dem... nach dem Typ... Ob das... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das Gräber sind oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall steht auf Google Maps, dass es hier der evangelische Friedhof ist. Auf jeden Fall war... Ist es noch mehr? Ein kleines... Und das... Also ich kann es nicht... einordnen. So. Ich bin jetzt aus dem... alten evangelischen... Friedhof von Rehwalde raus. Es ist einfach auch nur Ruinen. Es sind... Man sieht, dass da Gräber sind. Aber es gibt keine Grabsteine mehr. Und es ist alles zugewachsen. Also da hat man nicht viel jetzt gesehen. Aber ich fahre jetzt nach Bostinovo. Das ist glaube ich auf Deutsch... äh... Köln... äh... Großleistener... Ne? Nein. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es gerade gesehen. Ja. Also jetzt komme ich mal rein. Ich gucke mir den Friedhof an. Vielleicht war es ja mal der evangelische. Und danach fahre ich noch weiter. Also ich habe jetzt hier ein paar Sachen, die ich jetzt abklammern werde. Also ich bin so ziemlich verschwitzt vom Friedhof jetzt. Da rum zu... rum zu krabbeln. Okay. Ich war jetzt in Bostinovo. Oder auch Fürstenau. Hier war zum ersten Mal das typisch langgezogen Dorf mit den einzelnen Höfen erkennbar. Die Höfe sind einige hundert Meter Absatz von Hauptstraße. Und deshalb gibt es Schilder mit Hausnummern an der Straße. Diese Struktur gab es bestimmt auch, als meine Vorfahren hier gewohnt haben. Man kann sich also vorstellen, wie es früher hier ausgesehen hat. Wo genau zum Beispiel meine Ururgroßeltern gelebt haben, kann ich aber nicht mehr herausfinden. Also in diesem Ort haben die Eltern und Großeltern väterlicherseits und Urgroßeltern mütterlicherseits meine Urgroßmutter Ida Behrendt gelebt. Klingt kompliziert, ist es auf den ersten Blick auch. Also vereinfacht gesagt wohnten hier über mehrere Generationen meine Vorfahren. Mindestens im 19. Jahrhundert. Das waren die Angers und die Ginaus. Unabhängig voneinander. Erst deren Enkel haben dann ein paar Orte weiter geheiratet. Und zwar 80 Jahre später. Also ich war hier an der Kirche und auf dem Friedhof gegenüber. Beides war aber sicher nicht sehr alt. In Bostinovo gibt es auch einen kleinen Bahnhof, ansonsten aber nichts. Ich bin noch an einen Hof gefahren, der von der Straße aus verlassen aussah, um Fotos zu machen. Am Eingang war aber jemand, der da gearbeitet hat. Ich habe dann mit ihm geredet. Das heißt, ich habe ihm auf dem Google Übersetzer was gezeigt. Er konnte mir aber keine Hinweise auf alte deutsche Friedhöfe geben. Ich habe ihm auch zu verstehen gegeben, dass ich hier Vorfahren im Ort habe. Aber irgendwie hatte ich den Eindruck, dass er ein bisschen schwer vom Begriff war. So bin ich dann weiter an den nächsten Ort nach Blisen. Mal sehen, das sieht auch sehr katholisch aus. Blisen ist nicht weit weg vom letzten Hof in Bostinovo. Und es liegt an einem großen, langgezogenen See. Da bin ich dann auch zuerst hingegangen. Hier gab es einen Steg und einen kleinen Badestrand. Da gab es auch einen mit einem Metalldetektor, der den Schlick dort untersucht hat. Ich habe dann auf Englisch seine Tochter dort gefragt, was er dort sucht. Und sie hat mir gesagt nach Dingen, die die Leute hier beim Baden verloren haben. Also sie hat mir auch die Ausbeute gezeigt. Es waren zwei Münzen und ein Ring. Also es ist ein Hobby. Ich bin dann zum alten Friedhof, den ich auch über Google Maps gefunden habe. Der war mitten im Ort, lag zwischen zwei Grundstücken und von der Straße aus sah es aus wie ein Gebüsch. Ich musste über einen kleinen Grab springen und dann direkt die Büschung hoch. Also anders als in Rewalde konnte ich mich hier gut bewegen und habe wieder vor allem Grabeinfassungen gefunden. Es gab aber auch Gitter-Einfassungen. Direkt daneben war der Zaun von einem Hühnerhof. Vom Weiten habe ich dann zwei Leute gehört und auch Nijemski raus gehört. Also Deutsch. Die haben sich dann wohl schon gedacht, dass da ein Deutscher auf den Friedhof gehen will. Also ich war einige Zeit da, aber es gab keine Inschriften zu lesen. Es wäre aber interessant gewesen. Denn hier in dem Ort ist um 1735, also vor fast 300 Jahren, mein Vorfahr Paul Senkbeil geboren. Dann auch 1776 sein Sohn Jakob Senkbeil. Und 1826 seine Tochter Caroline Senkbeil. So, jetzt bin ich auf dem Weg nach Lindenau. Ich glaube, das sind noch ein paar Kilometer, aber hier kann ich mir zeigen, wie die Gegend aussieht. Gerade Straßen mit Alleebäumen. Ich bin viel bewachsen. Hier bin ich ja schon. In Linovo, Lindenau. So, es ist unbeschränkt, aber hier ist alles okay. Und Windräder überall. Das ist auch ein weitläufiges, langgezogenes Dorf. Man sieht, hier gibt es viel, ähm, viel landwirtschaftliche Gebäude. Weil ich glaube, das war da der Wohnbereich, der hätte ich abbiegen müssen. Naja, den kriege ich nur mal zurück. Er hat eine große Rolle. Ich habe ja schon mal zurück. Das ist das Geheimdlung. Hier ist wirklich auch schon mal zurück. So, ich bin jetzt hier in Lisnavo, Lindenau und es scheint so als wenn es ein großer Hof ist. Es gibt sogar ein Gutshaus so im Stil neugotisch Ende 19. Jahrhundert und einen großen Gutspark, der allerdings verwildert ist. Es gibt irgendwie zwei Tale, also das Gebäude dort oder das Gebäude dort hinten. Da steht irgendwo drauf 1872 auf der anderen Seite. Und Lisnavo, wie weitläufig, es gibt einmal das große Gut, da gibt es daneben kleine Häuser, wahrscheinlich für die Landarbeiter oder die Knechte oder alle, die gearbeitet haben. Und das sieht auch relativ alt aus. Und dann gibt's noch einen Teil, wo es viele Gebäude so aus den 50er, 60ern gibt. Ziemlich hier runter gekommen, aber noch bewohnt oder halt so weit wie möglich hübsch gemacht. Ich war auch an der Kirche in Lindenau. Sie ist alt, anscheinend auch die ehemalige evangelische. Es ist eine massive Feldsteinkirche. Hier sind wohl auch Benjamin und Ida Behrendt hingegangen zum Gottesdienst. Zumindest für die paar Jahre, wo sie dort gewohnt haben. Die Gräber drumherum sind alle ab den Zwanzigern entstanden. Aber es gibt auch noch deutsche Nachnamen mit Sterbedaten in den 50ern und 70ern. So, das ist Lindenau, Lenovo. Diese Orte habe ich hier besucht. Das war einmal zuerst die Kirche, dann die Wohnblöcke, dann bin ich zu dem Betrieb gegangen, zu dem ehemaligen Rittergut und ich habe mir die Landarbeiterhäuser angesehen. Das ist eine Karte von 1895. Auf dieser kann man erkennen, dass diese Landarbeiterhäuser 1895 noch gar nicht gestanden haben. Okay, also ich habe diesen Bereich besucht und ich habe gar nicht mitbekommen, weil das Dorf so weitläufig ist und hügelig, man konnte gar nicht alles überblicken, dass hier oben im nördlichen Bereich, dort gibt es einzelne Höfe, weit abstehend und auch ja weiterhin Richtung gut einige zusammenstehende Häuser. Also meine Urgroßeltern hatten ja eine Bauernwirtschaft, waren also keine Landarbeiter auf dem Gut. Deshalb denke ich, dass sie hier ihren Hof hatten, in diesem Bereich im Norden. Tja, da war ich nicht. Das habe ich alles erst im Nachhinein rausgefunden, aber gut. So, also ich war jetzt hier im Ort unterwegs und hatte noch zwei Leute angesprochen. Eine Frau um die 30. Ich habe sie gefragt, ob sie weiß, ob man irgendwie darauf kommen kann, um das Guthaus anzugucken oder zu fotografieren, aber sie wusste es nicht. Und auch halt von diesen Häusern, von diesen kleinen, da konnte sie mir auch nicht sagen, wann die gebaut werden. Ja, klar, da gehe ich auch nicht davon aus. Und dann bin ich noch runtergegangen und habe ein paar Leute getroffen, die die Kohle eingelagert haben, im Haufen und den reingeschüppt. Ja, da war dann der Sohn, der auch so Ende 30, Anfang 40 ist, der konnte es in Englisch. Den habe ich ihn auch gefragt. Er hat mir gesagt, dass es halt alles halt privates, private Firma ist. Ich war dann auch da, habe geklingelt an der einen Tür, dort am Eingang von dem Alpen Guthshaus, also von dem Gebäude, was daneben steht jetzt. Das Auto, was vorhin davor gestanden hat, war weg und es hat nie mit geöffnet. Naja, geht halt nicht. Boah, die Leute, die hier wohnen, scheinen halt nicht viel Beziehung noch zu dem ganzen Gut hier zu haben. Nicht so wie früher. Naja, okay, also ich fahre jetzt los, ich fahre jetzt weiter. Nach Großleistenau. Ja, und hier ist Lissnowo. Großleistenau. Wo die Niederanger geboren ist. Und wo... Sie auch geheiratet. Nach 400 Metern erreichst du das Ziel. Mhm, ich habe es gut erreicht. Da ist eine Kirche und da werde ich jetzt einmal hin. So, ich stehe jetzt hier in Großleistenau, Lissnowo. Nicht weit von Lindenau, die Niederanger entfernt. Und ich bin jetzt mal rum. Es gibt hier eine Kirche. Die kam mir aber relativ neu vor. Auf jeden Fall... Ja, bin nicht mehr reingegangen. Und habe es mir angeguckt. Es gibt keinen Friedhof drumherum. Ich habe dann jemanden gefragt. Gut so ins Blaue hinein. Das war Mitte 20, schätze ich mal. Also er konnte so gut wie kein Englisch. Und wir haben aber mit dem Google-Übersetzer uns quasi unterhalten. Und es war sehr interessant. Er wusste sehr viel. Und zwar an dem Standort von dieser Kirche, hinter mir, jetzt, also in der Mitte vom Ort, war bis 1930 die evangelische Kirche. Das heißt, sie wurde dann, also bis dahin haben auch Deutsche hier gelebt, aber sie wurde dann dort dann niedergebrannt. Oder verlassen oder niedergebrannt. Weiß ich jetzt nicht genau. Ich habe ihn auch gefragt, wo ein Friedhof ist. Und das hat er mir ja auch gesagt. Wo? Das ist nicht weit. Das ist ein katholischer und evangelischer. Also, das werde ich mir jetzt mal angucken. So, ich bin jetzt hier auf dem alten evangelischen Friedhof. Und wo es Leistenau ist, die ist Novo. Und das ist das, was übrig ist. Das ist hier ein kleines Stückchen am Ende des anderen Friedhofs. Das ist halt ja am Ende des katholischen. Es gibt zwar auch ein, zwei Steine auf den katholischen Friedhof. Es gibt zwar zwei alte, einmal eine jüdische Familie und dann noch was anderes. Ansonsten sieht man dort halt nur, dass hier im Ort oder in einer Gegend noch einige deutsche Namen haben. Und dann aber gestorben. 70er, 80er und auch jetzt bis heute oder 2016 ein... Ich habe dann einen Mann gefragt mit dem Google-Übersetzer, obwohl es hier noch alte deutsche Gräber gibt. Und er hat mich dann hier hingeführt. Aber wahrscheinlich hat auch schon gesagt, ja, das ist alles halt hier alt. Und man sieht nichts. Das sieht man, man sieht noch diese Grabeinfassungen. Und hier sitzt es schon. Das sieht man gar nicht mehr. Also Grabeinfassungen, die aber auch nicht an der alten Stelle sind. Weiß gar nicht. Hochgenommen oder übereinander. Aber da hinten habe ich das Interessantes gesehen. Also wahrscheinlich liegen hier auch Vorfahren von mir die Anders. Aber das ist nicht mehr rauszufinden. Ich kann eigentlich nur mich an den Ort halten, dass es der Ort ist, wo ein Mann von Vorfahren oder Verwandte liegen unter der Erde. Aber hier gibt es noch was zu sehen. Ja, das ist das typische Bild. Einfassen oder ich weiß nicht, wie das früher ausgesehen hat. Und in der Mitte wachsen Pflanzen. Manchmal auch ziemlich dicke Bäume. Aber da hinten war was. Okay. Sehr verwittert. So, ja. Was steht hier drauf? Charlottenburg. Immerreise irgendwas. Wahrscheinlich da, wo diese Figur hergestellt wurde. Ah, hier können wir was sehen. Margarete. Und Konrad. Dreichel. 1888. Der 11. Oktober. Was ist Oktober? 85, 88. Ah, das sind Kinder. 2 Geschwister. Dreichel. So. Ich bin jetzt an das Ende gekommen. Also das wird da halt ziemlich schmal zwischen dem Weg und dem Maisfeld. Und es ist sehr bewachsen. Also da wird nichts mehr sein. Also ich weiß nicht genau, ob es da, wahrscheinlich würde es da Zerstörung gegeben haben. Für Wüstungen. Oder ist es so. Für Fallen. Das hat sich ja niemand darum gekümmert. Wenigstens gibt es die noch. Wahrscheinlich vom Glauben her. Dass man einen alten Friedhof, auch wenn er evangelisch ist oder von den Deutschen. Nicht einfach umpflügt. Sondern dass man die Toten dort unten ruhen lässt. Jedenfalls ist es alles verwildert, zugewachsen. Und über die Jahre verwüstet worden. Und es ist fast nichts mehr zu sehen. Nur ein paar Reste. Ja, aber man kann hier noch rüber gehen. Und dieser hier ist noch, also relativ befreit von jetzt größeren Ästen. Also hier kann man noch durchgehen. Nicht so wie bei den anderen, die ich gesehen habe. In Blisno, Blisen. Und den anderen, wo war ich da? Achso, äh, Reden. Äh, ich glaube Reden. Oder Rehfeld. Nee, was? Ist das dann? Das ist mein dritter Friedhof, den ich mir ansehe. Das ist ein großes Bild, oder? Okay, das sieht aus wie ein großes Grabmal, was in seine einzelnen Teile umgestoßen wurde. Okay. Den Jesus hat man natürlich nur stehen lassen. Na gut. Das ist noch eine Drahtplatte. Hm. Mal sehen, ob ich das irgendwie noch entziffern kann. So, was ich noch sagen wollte. An zwei alten Grabunfassungen habe ich auch Grabrichter gesehen. Also, dann wird doch mal einer oder eine mal auch an Gedanken hier an die Leute haben. Oder vielleicht auch Besucher her. Und auch Vorfahren hier. Keine Ahnung. Aber was mir auf jeden Fall gerade eingefallen ist, ist, wenn man sich das ansieht und daran denkt, dass hier unter Gräber sind, die Grabsteine und was oben ist außen vor gelassen, dann denke ich hier dran an einen Friedwald. Ja, die Bäume wachsen und wachsen und solange hier das Gelände niemand stört, ist es ein Friedwald. Naja. Jedenfalls in dieser Ecke. Und jetzt hier vorne ist es wahrscheinlich hat man die alten Gräber entfernt und dann haben die Polen beziehungsweise Katholiken ihre Gräber hingemacht. Aber ja, gut. Das Gräber ausgehoben werden ist ja keine so außergewöhnliche Sache. Na ja, gut. Hier kommt man jedenfalls zu dem zu dem aktuellen Friedhof. So. Foto vom Palast. Ballast. Wie man hier zu den Gutshäusern sagt, habe ich gemacht. Und jetzt fahre ich durch Coast Leistenau Lis Novo durch und weiter in den nächsten Ort. ist Abendsonne kommt raus. Nach 300 Metern links abbiegen. Es ist jetzt irgendwie halb sechs, sechs ungefähr. Das gehört auch alles noch zur Liste Nouveau. Also wieder diese kleinen Höfe. Okay, da kommt was dickeres. Das gehört auch alles. Die Höfe des Liste Nouveau. 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 Die Höfe des Liste Nouveau, der Ritualien des Liste Nouveau. Mit dem'sgäß? Bei Holden und mit dem der Liste Nouveau. Die Höfe des Liste Nouveau Also hier lässt es sich gut fahren. Eine schön glatte Straße. Man muss zwar ein bisschen aufpassen, weil sie zu breit ist, aber auf jeden Fall ist sie eine von den neu gemachten. Ich bin jedenfalls auf dem Weg nach Neu Blumenau, Neu Blumenau, Blumenau irgendwie was. Gerade bin ich durch Alt Blumenau gefahren, weil es war Stare Blumenau, also Alt Stare, das kenne ich mittlerweile schon. Also, ich war jetzt in Neu Blumenau oder bin immer noch da. Wie man sieht, es sind nur einzelne Gehöfte zwischen den Feldern, also hier gibt es nichts. Ich bin hier auf dem Weg nach Groß Nogat, auf polnisch Nogat. Der Ort liegt am Nogatsee, der ist sehr groß und lang. Also an diesem Ort haben 1875 meine Ur-Urgroßeltern Gottfried Anger und Gottliebe Ginau geheiratet. Das waren die Eltern von Ideranger. Und da ist es. Also meine Aufgabe wird hier sein, die alte evangelische Kirche zu finden, falls es da noch eine gibt. Also ich war jetzt in Nogat. Und es sind dann doch noch ein paar mehr Häuser, zusammenstehende Häuser gekommen. Da habe ich dann aber gleich jemanden getroffen. Den habe ich dann gefragt. Er konnte ganz gut Englisch. Da hat man gesagt, nee, das ist halt, ich weiß nicht, ob es halt eine Kirche gibt in dem Ort. Und man hat halt gesagt, ob da, wo ich gestanden habe, das sind die Grundmauernreste von einem alten Gebäude. Es ist keine Kirche, sieht nicht wie eine Kirche aus, sondern eher so wie ein Gutshaus. Er kennt sich nicht so gut aus bei der Geschichte von Nogat, weil er da nur ein Wochenendhaus hat. Naja, aber er hatte mir gesagt, in Sembruck gibt es eine Kirche. Und vielleicht ist das ja die, dass die dann mal die evangelische war und dann so katholisch wurde. Also, ich bin jetzt hier an dem Ort, habe jetzt kurz angehalten, bin reingefahren, bin in so eine kleine Seitenstraße, habe auf die Karte geguckt und durch Zufall ist es auch die Straße, die zur Kirche führt. Und hier ist sie jetzt auch schon. Okay. Na ja, mal sehen, was sich hier noch finden lässt. Aber das ist eine alte Holzkirche, das könnte die alte evangelische gewesen sein. Ne, das war leider auch nichts. Ja, also die Gräber hier, die haben alle Sterbedaten von nach dem Zweiten Weltkrieg. Festtag, neuer Festtag. Ja, auch hier sieht man, dass ab und zu mal deutsche Namen da sind. Also deutsche Nachnamen, die denn auch nach 1945 hier gelebt haben. Aber ich glaube, mehr werde ich hier nicht ausfinden. Okay. Auf zur letzten Station. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Niederzehren, oder Czarske Malow, polnisch. Und, ja, jetzt haben wir Sandweg. Okay, ich habe jetzt hier nach Navi das Ziel erreicht, aber es sind nur einzelne Höfe. Also hier werde ich wahrscheinlich nichts finden. Also ich bin jetzt auf dem Weg zurück nach Graudenz, weil allein nach Neuenburg wären es 50 Minuten gewesen. 50 Minuten mit Auto. Also ich bin jetzt bis zu meinem letzten Reiseziel, jedenfalls den letzten Ort, den ich auf meiner Liste hatte, bin ich jetzt 100 Kilometer gefahren. Wenn ich jetzt in Graudenz ankomme, werden es insgesamt 130 Kilometer sein, die ich dann gefahren bin. Am nächsten Tag habe ich dann das Auto abgegeben und bin nach Thorn gefahren. Dort ist um 23 Uhr mein Fernbus losgefahren, also wieder meine Rückreise. Ich hatte also Zeit, mir die Stadt anzusehen. Das ist, die hat eine sehr schöne mittelalterliche Altstadt, ist auch sehr gut erhalten und Thorn hat deshalb einen Welterberstatus. Also es ist sehr schön gemacht und fand ich wunderbar. Hier kann man auch sehen, was in mittelalterlichen Altstädten öfters mal passiert. Und das sind kleine Figuren, die ab und zu mal da waren und die mittelalterlichen Bewohner von Thorn darstellen. Pirogen habe ich gegessen und das war hier am Abend. Pirogen habe ich gegessen und das war hier am Abend. Ich habe es jetzt geschafft, mir während des Umsteigens, da habe ich ungefähr zwei Stunden Zeit, ein Leihfahrrad auszuleihen, die App runtergeladen und fahre jetzt ein bisschen rum. Jetzt fahre ich mal auf die Busspur, es ist jetzt morgens 7 Uhr und ich rade einfach fröhlich drauf los. Das war's. Also ich hoffe, ich konnte einen Eindruck davon vermitteln, wie ich meine Ahnenforschungsreise gestaltet habe. Und ja, auch wenn ich keine konkreten Spuren gefunden habe, was natürlich nicht verwunderlich ist, nach 100 bis mindestens 300 Jahren war es doch schon ein schönes Erlebnis. Also man kann natürlich nach der Zeit nicht mehr ermitteln, wo die Höfe genau waren. Und es gab Kriege und Wechsel von Herrschern und Bevölkerungen und Sprachen und Konfessionen. Also da ist natürlich nicht mehr viel vorhanden. Aber ich konnte zumindest mir die Landschaft ansehen. Also die Landschaft, die Wege, die Orte, wie die aufgebaut sind, die Alleen habe ich gesehen und auch die langgezogenen Seen. Das war halt sehr schön. Also nach dem Ersten Weltkrieg ist zwar die letzte Generation von meinen Vorfahren dort weg gewesen, aber es bleibt trotzdem noch das Land meiner Vorfahren. Und das war meine Reise. Also vielen Dank für das Video gucken. Dann auf Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank.